Okay, also ich werde mich jetzt in dieses... Machen wir gerade ein Change? Ja, ja, wir machen wieder ein Outfit-Change. Natürlich, du cuttest es wieder peilig, ne? Hüpfst du? Okay, es ist schwierig mit diesem Muskel-Cut, jetzt habe ich einen Platz. Okay. So Leute, wir haben Outfit Number One. Wir haben ein Glitzeroberteil an. Wir haben eine Baggy-Jeans an. Du findest beim ersten Treffen raus, dass das Sternzeichen deines Dates überhaupt nicht zu dir passt. Was würde Badmoms Jay tun? Trotzdem aufs Date gehen. Das juckt mich ja nicht. Ähm, ich hasse Schützen. Ich hasse Schützen. Jordan, ähm, gerade erst ist das erste Album rausgekommen, muss man sagen, Ende des Jahres. Er ist das erste, dabei machen die schon eine Weile jetzt Musik. Angefangen im Kinderzimmer was hochzuladen und zu singen und irgendwo auf TikTok oder Insta zu setzen. Jetzt gibt es schon bei Spotify über zwei Millionen Follower den eben erwähnten Award, den sie gewonnen haben bei MTV. Und Platz eins bei den Singlescharts. Es läuft wie geschnitten Brot. Du bist aber jetzt erst 19, ne? Ich bin jetzt 18. Okay, wassup. Wir sind in dem nächsten Out. Erstmal guck meine rote Lippen. Rote Lippen muss man küssen oder wie auch immer die Scheiße geht. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Potze. Momsday? Ne, das ist Gylon. Was ist das? Gylon. Gylon? Gylon? Ja. Jaaaa. Jetzt musst du so, ähm, raus aus meinen Ohren. Dieses Einhorn sehen. Nein, du musst so, ähm, roten Kopf und so qualmen aus den Ohren. Jaaaa. 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 Piu, piu, piu. Nein, wir müssen ihm nochmal ordentlich, das ist ja peinlich. Aber, Leute, die ist todeschwer gerade, ne? Warte. Jaaaa. Jaaaa. Bad Momsday hat bei Dreharbeiten in New Mexico eine Kamerafrau erschossen, offenbar aus Versehen mit einer Waffe aus der Requisite.